Jetzt bin ich hype, dass das Spiel wieder auf einmal gespielt hat. BHANHYBV lädt dich ein? Natürlich. BHAVNY Machst du gut. BHANHYBV Das kann nicht so schwer sein. Ja, Entschuldigung! Doch! So, hallo und jetzt willkommen zu DuList mit Leon und mir. Es geht ab, yo! Was ist Kraftfeld? Das absorbiert den ersten Schaden, den das Vieh bekommt in deiner und in meiner Runde. Also das regeneriert nach unseren jeweiligen Runden. Ich sag's dir jetzt einfach mal. Das ist ziemlich OP, Alter. Solange dieser Scherge sich auf dem Schlachtfeld befindet, hat dein General Kraftfeld. Das gefällt mir nicht. Hört sich auf jeden Fall ganz cool an. Ach, ich bin dran, ne? Das hatten wir schon mal. Ich replace mal eben kurz. Wow, toll. Danke! Kann ich dich angreifen? Los, stirb! Nein! Na ja, ich konnte jetzt nicht viel machen. Eigentlich gar nichts. Düp, 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 düp. Wie viel machen hat der da gekostet? Zwei. Dervish bespüren. Was'n Dervish? Er ist so'n Wirbelsturm mit Händen. Und wie viel hat der? Zwei, zwei. Der kommt und kratzt dich. Hm? Hm? Also, ich hab' bis jetzt noch nichts. Obwohl, der ist gut. Der ist gut. In Verbindung mit der Karte. Obwohl, der bräuchte ich... ...bräuchte ich vielleicht eine andere Karte. Ah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das bringt halt alles im Moment nichts, ne? Na gut, fressen wir erst mal zwei an, geh. Zack, 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 zack! Zack, 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 jungen. Und wann schlüpft der? Anfang von meiner Runde immer. Immer? Ja, aber der bleibt ja noch nur für die Runde da. Der zwei, zwei. Dieser Scherkel kann sich weder bewegen noch angreifen. Also, das Bauwerk. Meine Hand ist voll. Er ist mir nicht aufgefallen. Wow. Ich hab' auch. nicht viel Damage. Ähm... Wie krieg ich dann fünf? ... ... ... Und ich möchte nicht, dass du mit dem hier anreichst, also betäube ich den mal. Oh shit. Na ja, die Map ist schön. Ich guck grad so ein bisschen außerhalb. Sieht ganz nett aus. Guckt sich so ein bisschen um. Ach ja. Ja, ich guck mir das jetzt ein bisschen an, was da so geht. Der Damage macht schon Spaß, oder? Aber du kannst ja was schönes beschwören mit deinen 5 Mana noch. Ja, mach ich auch. Ja, mach das. Mach ich auch. Willst du da hinten was hinbringen? Nein, das gehört mir. Das Bubble Ding da. Das wüsste ich aber. Das Bubeles. Na gut. Naja. Der. Ich weiß nicht warum ich den drin hab. Der stört mich gerade. Der stört mich halt wirklich, weil ich grad in meiner Planung im Kopf nichts mit dem anfangen kann. Das passiert ziemlich oft bei diesem Spiel. Wäre auch langweilig wenn man nur gute Karten bekommt. Ne, ich versteh nicht warum ich die Karte auf dem Dings hab. Verhaupt. Ha. Och Mann. Also ich mein, damit hätt's aber rechnen können. Ne, ich hab, ich hab, ich dachte ohne über ihn drüber zu hoffern, dass der's schon passt. Irgendwie. Das wird schon. Ja, ich dachte, na gut. Ist egal. Ist egal, man. Alter, die ist voll cool. Hm. Oben links. Diese Finnschrecken. Schickung heißt das halt. Mir ist das Wind Shrike. He he he. He he he. He he he. Ich glaub nicht. Wurde er? Schrecken? Weiß nicht. Hört sich bisschen... Komisch an. I have me Erschwrecked. Erschwrecked. Fein Ding. Dann musst du sagen... No, it says Erschwocken. Na gut, was kann ich denn jetzt machen? Der stört mich immer noch. Surrendern. Wow! Dankeschön. Du hast fünf Karten. Also wenigstens eine davon wird ja wohl irgendwas können, oder? Ja, die können ja auch welche was. Aber die bringen halt im Moment nichts. Im Moment wenig. He he he. He he. Okay. Mhm, ja. Du hättest deinen eigenen Typen wieder zurückholen und dann nochmal zwei Leben heilen. Was? Du kannst auch deine eigenen Leute damit zurückholen, oder nicht? Ja. Ja und? Sonst hätte ich jetzt vier Damage gefressen. Stimmt. Und... Ach, bin doch schön. Heiz Orb! Was hast du eigentlich für behinderte Karten, Mann? He he he. Mann! Ey, das sind aber Standardkarten, ja? Also... Ja, okay, der vielleicht nicht. Aber guck mal, der ist Silber, ja? Ja, kommt den nicht. Ich möchte mal... Ich möchte mal eine coole Karte spielen, aber irgendwie... kam ich bisher noch nicht dazu. Ich find das nicht cool. Nicht cool, hörst du? Nee, find's nicht cool. Nee. Dann spiel ich jetzt mal den hier, weil ich den einfach... Noll, Alter. Der ist cool, ne? Das ist schon krass. Ja. Alter, dieser Schmude 2-2er, ne? Aber jetzt natürlich jetzt... Wie geht es so auf den Nerven? Alter. Also seine Fähigkeit hättest du aber schon besser nutzen können, ne? Ja, im Moment... Im Moment läuft nicht, ne? Wie hätt ich das denn grade besser machen können? Ähm... Ja, Force Field hast du ja einmal Free Damage, dann hättest du... Ja, also ich mein, hätt jetzt nicht wirklich einen Unterschied gemacht. Also wer hättest mein General einen Damage machen können? Ja, okay. Äh, 2 Damage mein ich. Und dafür keinen Damage nehmen. Ist nicht viel, ja, aber... Ja, kann dir einen Unterschied ausmachen. Ich geb dir da völlig recht. Was ist das denn? Ach, der schießt?! Ja! Seit 3 Runden oder so. Ist ja nicht aufgefallen. Ja. Hier. Cool. Jetzt verhünst mich auch noch. Ja, aber nur ein bisschen. Die... Ich hätt' dich eh nicht getötet, denn der Hunde... Schaue ich nicht hinbekommen. Schaue ich nicht hinbekomm' Oh! Als, ich bin echt müde, ne? Ey, ein Wolf. Ey, ist ein Fuchs. Ey, ein Wolf-Fuchs. Ja, alles das Gleiche. Ja, ich bin tot, ne? Ähm. Aber. Schade. Ja, du kannst noch wegrennen, ne? Ja, das bringt mir ja nichts. Wohin? So zwei Meter. Ja, erstmal Distanz aufbauen. Cool, ich glaub, du kannst jetzt nicht die zwei Meter gehen zu mir. Oder deine Scheißscherben. Guck mal, ich seh das doch schon. Du kannst dir jetzt schon vier Damage machen. Kannst du das bitte jetzt einfach zu Ende bringen, Leon? Ich bin wirklich nicht sauer, wenn ich bei dir, ne? Ja, aber ich hab keinen Bock, halt zehn Kilometer noch vor dir wegzulaufen. Ja, ich hab nicht nachgedacht, dass der... Hä, vielleicht hättest du ja noch irgendeinen Minion oder so hinstellen können. Keine Ahnung. Na gut, das war ne Runde Duodist. Ich würd sagen, hau da rein. Tschüss. 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 Vielen Dank.